Hallo und Hallo! Hier ist wieder euer LP Gamer Steffen und ich begrüße alle Zuschauer zu Let's Play Star Trek Online nach meiner 1 Woche Urlaub und jetzt bin ich wieder da und wir gleich mal los mit der nächsten Mission oder immer noch mit der Mission wo wir aufgehört haben, nämlich Letzter Ruf und wir starten die Mission jetzt mit unserem grigonischen Charakter Kanar-Ka-Bla so wissen wir wie ich meinen Urlaub verbracht habe und wie er war, er war sehr schön, ich habe mich doch schon erholt und jetzt kann ich wieder los gehen mit Start weg, jetzt kann ich wieder rattern und Displays aufnehmen ohne Ende ich bin voller Energie und tiefer Energie, hu hu, gut, okay, ich gehe mal recht mal hin guten Tag sorry und wir machen mal Teil, legt los in der flash before the night before the night you heard the call of Stovokor the warriors sing cry out your name welcome home welcome home welcome home let not your heart be filled with fear the spirit the spirit soars on honor's wings your heart is singing your heart is singing you found your way you found your way welcome home welcome home welcome home thank you thank you for participating in the Akwo it is important that we remember our traditions together together we have kept away the predators that would take Miven's body before his spirit was ready to leave for Stovokor now he may seek the fellowship of Martok and continue the warrior's journey pardon my interruption Jintok send an alert to everyone on the estate i will see to lady sorella prepare your men we will not let these dogs catch us by surprise here they come show them no mercy okay how do you remember that? did I have played that? the last part? from my life? how do you remember that? how do you remember that? that I had played that? the mission or the part of the mission how do you remember that? with the loop with the loot with the loot the things that are so easy to defeat I have no chance I have no chance against me I amused and fire I amused and fire I amused oh there are still a few moment we help so so the other we should are still the other ah the other weg mit der blut haben verschwinde der nächste bitte so der noch und alle besiegt das ist der Lund, das geht weiter Das Schiff wird als ein Mitglied von unserer Flucht erkannt worden. Tor wird bald herausfinden, dass das Haus von Martok stärker ist, als er zu glauben ist. Schau mit der Flucht, wenn du in das Garroth-System entdeckst, um weitere Instruktionen zu bekommen. So, ab in die erste Stadt. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Lade, Gwonos, erste Stadt. Ein sehr schöner Kapitelname, muss ich mal so sagen. Da passt er wie die Faust aufs Auge. Aber naja, glaubt er immer nicht so schnell. Gesur-Gorat-System. Äh, okay. Das ist eine erste Stadt. Wo ist die jetzt? Die Kitta? Hm, wie ist das? Hm, wie ist das? Wir gehen einfach mal dahin, wo Worf ist. Da wird er dann auch sein, denke ich mal. Hoffe ich mal. Also gehen wir einfach mal hin. Tür auf. Na, aufbleiben. Danke. Hast du gesehen? Jetzt wollen die Tür mich gerade quetschen. Sowas Dreistes. Rutscht. Weg. Weg. Zu. Mit Worf brechen. Genau. Ich bin Worf, sonn von Moe, Gintak, von der Haus der Marta. Ach so, starten wir mal das Video noch mal. Okay, nicht gut. Alles klar. Okay, ist okay Worf, ist okay. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, werdet ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Star Trek Online sehen. Und ja, schaut mal, was ihr da noch flimmern seht. Ich geh mal etwas näher ran. Vier Jahre Star Trek Online. Seht mal, wie als Star Trek schon ist. Vier Jahre. Gute Leistung. Und was sie schon geschafft haben. Mit 8 Staffeln, die sie schon erstellt haben. Ist echt genial. Aber darüber erzählen wir in der nächsten Folge von Star Trek Online. Weil meine Aufnahmeszeit ist gleich wieder um. Und daher verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns bald wieder bei Star Trek Online. Mit eurem LP Gamer Steffen. Und seinen Cara Karnar. Also dann. Sag ich mal. Ciao. Mit V. Mit Doppel VV. Und Karnar sagt. Kapla. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Tschüss.